Hallo Leifleut, Alpenmilch Gaming, Hi! Ähm, wir spielen weiter Minecraft. Ich muss leider nicht genau hier stehen bleiben. Ich hatte es doch noch gesagt, ich kann 1-2-B-Mod töten. Wir haben die Musik. Voilà, wir wollten noch 1-2-B-Mod töten. Ich wollte das auf die Kamera machen, schlussendlich. Was soll's? Voila. Schmeckt das Mistmoldulgund? Lovut Musik hilft 1.000 Mal versteckt zu hart. 2.000 Mal versteckt zu hart. Wenn ich den Holz lehnen will, bin ich ein bisschen mehr Quill frei, man. Ich bin hier noch ein ganzer Quill. Mach, mach. Concrete, mach, mach. Ich hätte vielleicht sollten die aber... Also nicht in Höllen. Das wäre eine bessere Idee. Ja, das tun. Ich kann ihn auch holen. Du hast keinen Platz dafür, okay. Von mir raus. Gut, gut, gut. Dann gehen wir. Konkrete. Super Speed. Wuuu. Hups. Du nur könnt in Challenge all die Einzelreihen auffüllen. Da wird nicht interessant. So, was da will ich mich verlieren. Muss ich heute noch am besten einen Stock drüber setzen? Am besten schon, ne? Du wieso nicht, dass wir so schon nicht genug haben? Oh, wirklich. Wie schlecht. Ja. Schmengstecken, natürlich. Haha. Ja. Dann werden wir das gerne dummere Zeit verbringen. Zeit vom Turm werde ich mal für den Moment oplossen. Und das war schon der nächste Stack. Ja, das wird wahrscheinlich mal nicht durchgehen. Ja, ja, ja. Ah, ich freue mich so, wirklich mal von dem Haus fortzukommen. Ah, in Richtung Diamante sichern. So, dass wir jetzt endlich ein Pickaxe bauen können. Und vielleicht holen wir hier Material. für etwas Äquivalentes zu bauen. Also, ein Herdmängchen ist äquivalent. So, dass wir Obsidian sammeln können. Ja, so dass wir das können. Mhm, 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 mhm. Boah. Ich überlege gerade. Das werde ich wahrscheinlich einfach nur gucken. Ja, die Rum so gefällt mir. Oh, was war das denn? Ich mache nur so ein Stück von zwei. Und dann mit einer Farbe. Also, ich habe einen Nanotolz. Also, es gibt ja alle Siemens Teich da. Ich denke, ich benutze Birchwood, so wie den heute hier. Nur für damit abzufüllen. Wenn wir einen Teichdruck haben, dann brauchen wir wenigstens einen hellen Plafon. Und dann haben wir einen hellen Plafon an Teichdruck. Ähm, wird so nicht umgedreht. Und dann haben wir einen Teichdruck Plafon. Schmeckt das mal wieder so. So, haben wir da noch extra scheinlich genug. Für das heute nicht was wir mal können zu machen. Voila. Oh, das war jetzt schon. Na so mal. Ja, das ist wirklich Spaß, das wir zu machen. Wir können noch Glashimmel machen. Uh, da das Hall. Glashimmel das Hall. Schmecken wir mal an das. So, das ist nicht alles aus Holz. Wir haben ein bisschen Form. Wir haben Form. Wir haben sowieso. Das sind auch immer ein eckiges Haus. Das ist nicht so super modernt. Nee. Das finde ich nicht ein für ein Reichdeck an der Landschaft. Und gedeicht, oder? Ich geh mich schon schnell hier hin. Ich hoffe mal proper. Boah. Wie nur es beißt. Wir haben das Video, weil ihr den schreckliche Gereist habt. Tch, 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 tch. Kollege. Hi. Schöne finden da. Wow, du bist aber hart. Für was stirbst du nicht? Für was stirbst du nicht? Für was stirbst du nicht? Stirb. Brenn. Was lief? Die Leute machen schier. Mir auch so. Schön. Okay. Und weiter. Hopp. Hohohohohoho. Das war knapp. Ich bin gerade gedacht. Ich darf euch nicht einfach so durch mitlaufen. Okay. Ist das ein Spon? Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Ja, du bist ja. Also, gut. Voilà. Hier haben wir dann einmal... Wir sind einfach rundherum gegangen. Ich überlebe mir gerade, ob wir wirklich in zweit gehen sollen, Mann. Ja, ich denke schon. So. So. Hi. Lass mir doch die zwei Buhren so abholen. Aber du wirst nicht durchgehen, warte mal. Mal machen wir das nämlich. Zack. Die Buhren im Kuitsch, du da warte. Das hört sich ganz so hin, wenn ich drüppeln. Haha. Was tut das noch einmal? Ja, das ist einfach ja nach dir. Ja. Ey, den ist auch groß. Den hast mir nicht lebt, den du. Den ist auch groß blieben. Wird lebt. Boah. Boah. Wir kommen heute schon bald zum Schluss in der Episode. Da ist hier auch schon drüppel. Ja, da ist schon drüppel. Da ist hier auch schon drüppel. Da ist hier auch schon drüppel. Und ich invitiere jetzt nichts ganz zu schalten für mehr Minecraft Adventure. Wir werden, oder ich meine Teile auch schnell, fertig. Kommen wir jetzt zum Schluss. Zack. Voila. Nächst geht auf einmal der Teile mit Glas. Ob ich gucke, dass ich das Glas schon aufhänge, an das Schafchen zu setzen. Ich hoffe, dass die Kabel sind. Wenn ich keine Kabel haben, dann gehen wir nächstes Jahr Kabel sammeln. Und ja, zu der Frucht zum Dach. Also, was ging jetzt vorhin am nächsten Minecraft Update zu sehen? Was will da eben so demnächst am Minecraft gesehn, was am Moment noch nicht dran ist? Es kann nur ein bisschen sein, wer da von einem Mod kennt. Und gerne einfach nativ am Minecraft gesehn. Auch gleich die Minecraft auf der Konsole spielen. Bei ihr schwelle ich auch noch verschiedene Funktionen, wo an der PC oder an der Java Version schon existiert. Was will da gerne eben als nächstes Minecraft Update gesehn. Das war Alpenmilch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen euch zum nächsten Mal für mehr Minecraft. Tschüüüüü. Jetzt, wasatmeln. Yo hier einfach wo auchino. Und wenn du seit 10ernrada groß grewst... churches dich Ich stehe jetzt hier einfach mal raus.